Mit falschem Bein steht man schon auf, und das ist das Fatale. Man hetzt und tritt aus vollem Lauf, auf die Bananenschale. In diesem Fall hilft Allianz, bringt alles bald ins Reine. So wird man ruhig, er wohlt sich ganz, kommt wieder auf die Beine. Denn wer sich Allianz versichert, der ist voll und ganz gesichert. Der schließt vom ersten Augenblick ein festes Bündnis mit dem Glück. Eine Allianz fürs Leben. Hoffentlich Allianz versichert. Die Allianz Unfallversicherung. Damals wie heute.